Sie waren im nächsten Treff und zeigten ihre Tricks. Guten Abend, wir sind hier bei Wrestlemania im Jugendzentrum Nexpress. Wir interviewen gerade einen Zuschauer vom Jugendzentrum. Wir befragen ihn jetzt, was hat Ihnen am besten gefallen? Wir haben am besten gefallen, wie Wertheim Monk gut gekannt hat. Wer das Match gewonnen hat gegen Martin. Es war einfach super. Wie ich es vorgezeigt habe, habe ich die Schuhe auch. Ja, ich mache gerne Highball-Aktionen. Also vom Drittel-Seil springen, Missile Dropkick. Also ich habe zuerst mit Jackson von Wrestling angefangen. Das mache ich schon vor zwei Jahren. Wie hast du in das Wrestling gefahren? Gut. Und können Sie schon gut die Vorwärtsrollen? Was? Nein. Flyon, wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Wie lange, wie lange, du sie schon wrestling? 18 Jahre alt bin ich im Professional Wrestling. Und dann, um, ich möchte, dass jemanden kommt, dass ich ihn zerstört werde. Das ist das, warum ich ein Hungry Lion von der Buddha. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020